Im Fall um Grundstücksgeschäfte mit Kleingärten in Wien-Donau-Stadt hat die Staatsanwaltschaft Wien Ermittlungen gegen drei Personen eingeleitet, und zwar wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch. In der Causa geht es darum, dass SPÖ-Funktionäre Parzellen besitzen sollen, die durch Umwidmungen an Wert gewonnen haben. Einen diesbezüglichen Bericht des ORF Wien heute bestätigte die Sprecherin der Anklagebehörde Nina Bussek am Donnerstagabend. Unter anderem geht es um einen Kauf, den der Bezirkschef der Donaustadt 2020 in einer Anlage in Breitenlege tätigt hat. 2021 fand die Umwidmung des Grundstücks in Bauland statt, was ihm den Vorwurf eingebracht hat, von der Änderung profitiert zu haben. Vor Nivrevi haben bereits einige SPÖ-Politikerinnen dort Parzellen erworben. Nivrevi wies diesbezügliche Vorwürfe stets zurück und verwies zuletzt, dass schon länger bekannt war, dass es zu einer Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans kommen sollte.